Es geht um Brustschmerzen bei Frauen, einseitig, und was wir mit der Faszinoeumassage dagegen tun können, um uns selbst zu helfen. Wir nehmen dazu die Minikugel und die Minirolle, Mira, vielleicht mal hinsetzen, dass es ein bisschen entspannt ist, oder sogar im Liegen. Leg dich mal, dann ist es noch entspannter, und wir gehen mal davon aus jetzt, dass die Brustschmerzen an der rechten Seite sind. Bitte einfach auch noch mal daran denken, wenn es um die weibliche Brust selbst geht, und Sie haben den Eindruck, dass die selbst weh tut, solche Dinge bitte mit dem Frauenast abklären und entsprechend schauen, was da ist. Oft werden aber auch Schmerzen, wo man nicht so genau weiß, kommen die von der weiblichen Brust oder kommen die von der Brust selbst, also von dem Brustmuskel und den darunterliegenden Spannungen. Es ist ein guter Test, zu probieren, aber bei dem Rollen aufpassen. Es gibt oft den Hinweis, dass die weibliche Brust nicht mit Druck versehen werden soll, also nicht machen, beziehungsweise sobald Sie das Gefühl haben, es tut Ihnen nicht gut, und Sie sind sich unsicher, dann lieber lassen. Und wir rollen auch jetzt beim Zeigen außen um den weiblichen Brustbereich rollen wir rum. Wir gehen also nicht voll drüber, um da jede Gefährdung irgendwie zu vermeiden. Wir beginnen mit der Kugel, mit der kleinen Kugel, wir zeigen noch mal hier, gehen wir hier in dieses Dreieck rein, unterhalb des Schlüsselbeins, dort praktisch drauf. Das bedeutet, es ist jetzt leider schwarz auf schwarz, ich hoffe, ihr könnt es trotzdem sehen. Mira, geh mal unterhalb des Schlüsselbeins erst mal entlang, am besten mit beiden Händen. Und Mira rollt jetzt Zentimeter nach außen, Zentimeter für Zentimeter, unterhalb der Schlüsselbeinkante. Natürlich ist es jetzt so, dass wenn der Arm sich mitbewegt, der auch anspannt, also wenn genug Kraft in der einen Hand ist, dann mit der einen Hand dort reingehen, bis Sie hier, ich schau mal gerade, dort müsste es sein. Dort ist diese Kuhle und da haben wir in der Kuhle mit langsamen Bewegungen, mit langsamen Bewegungen versuchen dort diese Spannungsfelder aufzulösen. Das ist der eine Teil und der andere Teil, da nehmen wir jetzt die Mini-Rolle und jetzt gehen wir quasi, ich deute es mal an, einmal oben drüber, so dass wir also nicht in direkten Kontakt mit der weiblichen Brust kommen und einmal eher unten entlang, unten vorbei, um eben nicht voll drüber zu rollen. Mira, mach mal selbst vielleicht, so wie es sich für dich gut anfühlt. Ja, Zentimeter für Zentimeter und dann eher im unteren Bereich praktisch entlang, mal selber jetzt einschätzen, was am besten ist. Mit beiden Händen, glaube ich, ist es besser. Ja, das praktisch, vom Winkel geht es so, ist es so, okay, und dann auch bis in die Achsel hinein dort rollen. Und man kann auch noch mal als dritten Ansatz, wenn man hier in der Mitte anfängt, eben so weit zur Seite gehen, bevor dann die weibliche Brust richtig beginnt. Genau so ist richtig, wenn Sie merken, da lieber nicht weiter, dann direkt da stoppen, dann haben wir quasi nur den Anfang vom Brustbein Richtung Achselhöhle rüber. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben, abonnieren Sie unseren Kanal und wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie uns bitte einen Kommentar. Es geht um Brustschmerzen beim Mann, meistens von hier, von der Schulter, so rein strahlend. Und das zeige ich jetzt mal. Wir nehmen die Minirolle und die Minikugel und gehen mit der Minikugel hier in dieses Dreieck rein. Wenn Sie fühlen, die Klavikula, die hier oben langläuft, dann sehen Sie hier diesen Knochen rauskommen, den sogenannten Rabenschnabelfortsatz, und wir gehen unter der Klavikula entlang. Es geht um Prost. Ihr könnt ihr sehen, wenn die Klavikula entlanganlagen gehen, dann sehen Sie es Dann noch ist es für Sie eine kleine Klavikula entlang.